Mach was! Ist das Schwanger? Nein, streng dich erstmal richtig an, dass du dir Wasser verdienst, Junge. Stopp! Yo, was geht, YouTube? Ich finde es in der JamTV. Wir sind jetzt bei unserem richtigen Ringer-Club angekommen, das ist nämlich der TV Essen-Dellwig. Krefeld ist für uns ein bisschen zu weit, jedes Mal eine Stunde bis nach Krefeld, auch wenn ich die Jungs sehr ins Herz geschlossen habe. Aber die waren quasi unser Einstieg dafür und trainieren jetzt hier in Essen-Dellwig. Auch ein sehr, sehr guter Verein. Heute ist übrigens auch der ZDF hier, also Cengistan werdet ihr da auch sehen. Wer Cengistan sieht, soll mir das mal gerne schicken über Instagram. Hier in meinem Instagram unten verlinkt. Ansonsten folgt mir auf TikTok für mehr Unterhaltung und Videos. Wir gehen jetzt rein, die Jungs sind schon am trainieren und ich mache daneben ein paar Fitnessübungen. Nehmt das Ganze für euch auf. Viel Spaß! Let's go! Let's go! Das ist die Handel. Ich habe noch so weitere Fitnessgeräte, dann mache ich gleich ein paar Fitnessübungen auf Deutsch. Ich denke, sie macht das gut, nicht? Stark! 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 Maschine! Der dreht sich wie so ein Flum. Das ist der Trainer, Leute. Sehr, sehr guter Mann. Komm, wir gehen mal zum Trainer. Und Trainer, was sagst du? Ja, es ist viel los, ne? Es ist viel los, ne? Gefällt dir der Cengiz? Der Cengiz ist sehr talentiert, muss ich sagen. Man sieht, dass er lange geboxt hat. Aber der hat die Koordination schon da. Ich bin selber überrascht, glaubst du mir? Ja, ich bin selber überrascht. Müssen wir direkt einen Vertrag mit dem machen. Ja, das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. Leute, unser Ziel ist auch, dass Cengiz hat zukünftig... Gebt Gas, Junge! Gebt Gas! Unser Ziel ist es, dass Cengiz hat zukünftig auch bei Ringer-Turnieren teilnehmen wird. Und... Ja, da nehme ich euch natürlich auch mit. Da filme ich das Ganze wieder für euch. Und ja, jetzt ziehen wir uns mal rein, was die Fitties hier machen. Schmutz! Schmutz! Ich stelle ein bisschen die Kamera auf. Ich mache ein bisschen Bankdrücken. Ich war lange nicht mehr im Fitness. Deswegen wird wieder Zeit. Ich habe lange kein Bankdrücken mehr gemacht. Deswegen fangen wir erstmal mit 50 Uhr an. Ich schmutz! Ich schmutz! Ich schmutz! Ich schmutz! Schuss! Zeig es! Sparrings rein! schön schön, ne? schön, schön 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 ich habe hier locker zusammen einiger auch ja einiger ja alles sauber alles verbrauchen ja 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 Stirnchen ist dann Distanz abmessen Single Leg Double Leg viele Möglichkeiten probiere dich schön das war kling das war kling das war kling aber er hat dich stark oh der lernt schnell stark aufziehen bewegen bewegen basieren reißen ja 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 man merkt er ist der Alfa in der Kinderbrücke er läuft schon wie Alfa hier sind die Anfänger die Jinks dann haben die hier schon reingesteckt auf B Die Leute, die machen jetzt Spannungsring. Jetzt ist es ernst. Jetzt ist es real shit. Mach was! 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 Nein, streng dich erstmal richtig an, dass du dir Wasser verdienst Junge, verdien dir dein Wasser. Stark, jawohl, jawohl, sehr gut. Stark, komm weiter, weiter, ist noch nicht Ende, komm weiter noch, weiter, weiter, komm Vollgas Jungs, Power. Stark, Stark. Aferin da. Okay, auflaufen. Auslaufen, dann gibt's trinken. Hey, check, 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 check. Halte, halte, Willenskraft, komm. Leute, ich bin positiv überrascht, da waren echt ein paar krasse Aktionen dabei. Als wäre er schon öfter am Ring, hätte ich gar nicht gedacht lassen. Auf jeden Fall hoffe ich euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr was zu tun ist. Wir werden kommentieren nicht vergessen, Kanal abonnieren und Glocke natürlich aktivieren, um weitere Ringer Videos nicht zu verpassen. Halt unser Check.